guck weil ich glaube das war so dass wenn du das wasser nicht aktiviert gett hast bist du auch nicht drüber gekommen früher oder was du verstehst ja bevor wir da das was aktiviert haben wie ja dass dadurch dass wir das wasser nach egal ist drauf erklärt mir wir haben gerade uns auf die zwei druckplatten gestellt und ich glaube davor war es nicht möglich mit der fünften mit den letzten zwei druckplatten das wasser runterkommen zu lassen falls man die gebraucht hätte um nach number ten is to for my screen mal hinten und hindu uns okay okay ja ja arg number ten is too big for my screen we gotta move to the testrooms with the bigger screens okay what the fuck also hat die kriegt ja weil ich immer halten draufstehe okay ah much better the next test has a lot of buttons don't search for the button that calls for help because it isn't there ach du scheiße 1 2 3 also ich habe hier schalter 1 bis 9 ich gehe mal hoch fürst du noch second number third number ah drück mal ein nee steht da oben zahlen nö drück mal ein warte das kann ich dir nicht glauben mir steht nix da steht echt nix also first number second da mal fährt nam war alt du musst oben stehen bleiben ach so ach so okay welche nummer wird gebildet äh drei nehmt du musst wahrscheinlich erst alle drei nummern machen und dann drücken number uh nochmal 2 8 328 jetzt open shop ja 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 weil es war ja nicht schwer so dass sie ja nix und weg bin ich so nix so nix test job test 11 already i guess you got more brains than a brain pie oh brain pie perfect care to uh care to donate ach wir müssen den block da rein klatschen den sandblock den sand ok warte ich habe hier wie viel kölben sind es weil ich habe hier acht schalter 1 2 3 4 5 6 7 sind genau acht ok was passiert ich so ein 2 4 6 ok warte jetzt nochmal aktivieren ok warte pass auf ja mach mal ja mach doch ich guck ja gerade was es ist also 1 das ist 2 nochmal das hier schützt 2 alles klar gut den dritten den dritten das ist das hier ok warte pass auf jetzt machen wir den vierten den vierten ihr nochmal jetzt nochmal den dritten ok jetzt mal den fünften den sechsten den sechsten den sechsten den sechsten ich was passiert muss ich nicht du musst sagen ne machen wir den siebten den siebten nochmal nochmal jetzt Nummer 8 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 Nummer 9 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 denn denn den siebten und schon wieder dann geht es sechsten Loll macht den Kler wieder zurück ja dann lass den mal offen wer geht denn denn davor wie denn davor ja 6 6 so also funktioniert nicht aber mach man mal den ersten den ersten okay dann mach mal zurück zurück und den zweiten den zweiten hast du den gemacht ja gut dann mach mal den dritten der ist schon oben ja der mach einen runter runter so warte das muss ich schon überlegen ich kann mal kurz runter boah kein Plan wie das funktioniert regiert um mich mal ok warte ich muss ich muss kurz das Ding wieder auf fancy machen ich mache warte 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 so jetzt sind alle oben jetzt sind alle oben Ja. Okay, drück mal eins. Warte, ich mach mal runter. Ja, mach mal alle runter. Die waren alle unten. Okay, drück mal, was war denn das? Drück mal vier. Ich drück mal den ersten. Okay, warte, ich drück den vierten. Okay, zurück. Drück mal den dritten. Okay, lass den mal oben und jetzt drück mal den, was ist das, fünfte. Okay, fünfter zurück. Dritter kann ich wieder einfahren. Dann drück ich mal. Warte, das ist bloß, das ist ohne Slime. Der ist auch ohne Slime. Dann drück ich mal, was ist nicht, den sechsten. Hast du gedrückt? Ja. Okay, passiert nichts. Drück mal den siebten. Ja. Okay, dann tu den mal zurück. Dann drück ich mal den achten. What the fuck, was passiert da? Der drückt. Und der neunte. Gibt's nicht. Ah ja, stimmt. Warte mal, ich tue mal schon, was es gemacht hat. Hat der Block, ich... Was macht der Goldblock da eigentlich? Ich blüks nicht. Ja, das soll so als... Dings sein. Ja, den Sandblock, den kriegen wir nicht weg. Doch, das habe ich schon mal gesehen, so ein Rätsel. Ah, ja, okay, okay, okay. Was war das? Ich weiß, ja, warte, ich weiß wie, ich weiß wie. Was war das denn, wo ich gerade draufstehe? Das war, glaube, vier. Gut, geh hoch, mach vier. Weißt du, wie es geht? Ja. Wie? Ich hätte gesagt, den ausfahren, dann den hier, wo du stelle ich ausfahren und dann mal gucken. Ja, genau. Dann holst du den mit dem hier ran. Ja, ja. Und dann drückst du den mit dem hier nach oben, weil dann bewegt sich das alles nach oben. Okay, pass auf. Number 4 war es, glaube ich. Äh, 1, 2, 3, 4. Okay, nee, war ein anderer. Äh, 3. Nee, nee, mach mal 2. 2. Okay, warte, dann mach mal 5. Äh, 1, 2, 3, äh, 5. Gut. Dann mach jetzt mal den ersten. Den ersten. Gut, noch mal den ersten. Nochmal den ersten. Lol. Okay, warte, mach mal den sechsten. Oder was das ist? Äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Äh, mach mal den siebten und den sechsten wieder zurück.